Soppa Kids Cup! Ich weiß, dass sich alle feuern sich einfach gegenseitig an und das ist einfach richtig toll zu sehen, wie einfach alle Spaß haben und sich freuen und gegenseitig einfach zusammen wachsen. Den Soppa Kids Cup gibt es schon ganz lange. Das ist einfach dafür da, dass die Kinder ganz viele verschiedene Disziplinen spielerisch erlernen, die es später bei den Großen in der Leichtathletik zu sehen gibt. Mir hat am meisten Spaß das Biathlon gemacht. Weil da man so viel Rennen und Springen an das vereint und das beides mag ich auch sehr gerne. Es macht immer Spaß, es ist eine tolle Veranstaltung, es wird super organisiert. Der Verein macht es mit Herzblut und ich freue mich ein Teil davon zu sein. und werdet euch an den Ding! Ich freue mich! Bis zum nächsten Mal!